Wichtiger neben der inhaltlichen Vorbereitung, was ich glaube ich immer mache, alle Faktenchecks, alles parat, ist die strategische Vorbereitung. Bei Matthias Schraner habe ich gelernt, dass auch Konflikte Spaß machen können. Ich brauche dazu auch keinen Pokerface aufsetzen, sondern kann eigentlich ganz entspannt und auch positiv in so Verhandlungen reingehen. Die Energie ist großartig und es ist einfach ganz, ganz schön zu erleben, wie die Frauen sich miteinander vernetzen hier, wie sie sich an Beispielen orientieren, aber eben den eigenen Weg finden. Hier ist ganz viel Know-how, ganz viel Potenzial vorhanden, war ein ganz, ganz toller Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017